Der Beamer hat ja einen integrierten Lautsprecher, den man aber wohl nicht einstellen kann. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Ich habe aber dann extern einen Lautsprecher angeschlossen und das hat einfach funktioniert, weil ich denke, die Lautstärke von dem Beamer an sich reicht halt bei einem Video dann doch nicht aus.